So, morgen möchte ich auch gerne so viele auf der Straße sehen, die gegen die Impfpflicht auf die Straße gehen. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt zwei Polizeiwarnen gesehen, da hinten. Ansonsten nicht mal auf der Straße laufen jetzt hier Bullen rum. Nichts? Keine Polizei? Keiner zu sehen? Nichts? Ja nicht. Menschen, 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 aber keine Pflegezeit. Ein Haufen Leute. Morgen auf dem Montagsspaziergang müssten mal so viele sein. Das wäre es dann. Das wäre mal toll. Wenn morgen so viele Leute hier auf der Straße wären. Echt schlimm. Gut, Frieden auf der Straße ist eine Sache, aber hier geht keiner zwischen... Hier wird kein Aufruf aus dem Polizeiauto gemacht, wo gesagt wird jetzt zum Beispiel, ja, setzen Sie mal Ihre Masken auf und halten Sie mal Abstand. Das interessiert hier keine Sau. Nichts. Da sagt keiner was. Das ist alles so normal. Kannst du nichts zu sagen. Die laufen hier. Und irgendwie nicht mehr normal alles hier. Nicht mehr normal. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Keine Polizei zu sehen. Die laufen hier lang Richtung Schlossplatz und vor zum Brandenburger Tor. Und wenn unser eins läuft, dann marschiert die Polizei daneben. Und hier keine einzelne Polizei. Kannst du dir nicht. Kann man sich nicht reinziehen. Kann man sich nicht reinziehen. Keine Polizei. Nichts. Keine Polizei. Nichts. Keine Polizei.